Herzlich Willkommen beim Traditionsbetrieb Dachdeckerei Gunkel aus Bad Karlshafen. Unser Unternehmen besteht seit über 50 Jahren. Zurzeit haben wir fünf Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind zwei Altgesellen, ein Junggeselle, ein Hilfsarbeiter und eine Aushilfe. Unsere Schwerpunkte liegen zurzeit in erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Votovoltaik und Dachbodendämmung. Aber auch in traditionellen Arbeiten, wie zum Beispiel Sandsteineindeckung, Ausbesserung, Naturschieferarbeiten, Lachdacharbeiten und sämtliche Ziegeleindeckungen. Lange Gerüstbauarbeiten sind bei uns nicht nötig, da wir schnell und flexibel mit der Hebebühne arbeiten. Zusätzlich bei Sturmschäden sind wir für Sie 24 Stunden erreichbar. Das Handwerk steht für Qualität.